Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft SkyBlog Oh yeah, lang lang ist es her mit aufnehmen Nicht wundern, ich spreche hier gerade einfach nur in mein Mikrofon rein und zocke nicht Denn, ähm, Fraps hat meine Aufnahme verkackt Wunderbar, ey Ich habe aufgenommen wunderbar, ähm, habe an nichts böses gedacht Schau dann einfach mal, was, äh, ob das Video was geworden ist Es ist nichts geworden Und Fraps hat meine Audio Datei verkackt Denn, ähm, wenn man bei Fraps mal guckt Da hat er diese, äh, vier Reiter oben General, FPS, Movies, Screenshots und so'n Scheiß Bei Movies war ich da ganz normal drauf Ganz normal aufgenommen mit F9 und so weiter 60 FPS wie immer Bei Record External Input, ähm, stand kein Mikrofon ausgewählt Sozusagen, obwohl es eingesteckt war, ne Also ich hätte einfach mal Fraps schließen sollen Und wieder aufmachen sollen Und dann wurde es auch das Mikrofon erkannt Aber, ähm, leider habe ich das erst zu spät gesehen Und deswegen muss ich das jetzt hier nachkommentieren Ist aber nicht so schlimm Es sind zwar nur 10 Minuten Ich werde aber nicht die vollen 10 Minuten, äh, durchreden Werde noch so ein bisschen gucken hier Ähm, als Thema hatte ich, äh, das ist mir noch in Erinnerung Weil ich es gerade auch erst aufgenommen habe Ähm, als Thema hatte ich in Erinnerung Und zwar, ähm, Minecraft als Projekt allgemein Ähm, das ja jetzt relativ ausgelutscht ist Und, äh, ja, ich sag mal so Es lohnt sich fast gar nicht mehr Ähm, jetzt wünsche ich noch so ein Let's Play weiterzumachen Ähm, denn wenn ich mal hier gucke Mein, ähm, Video Manager Let's Play Michael Skywalker Okay, ähm, letzte Part, äh, Part 30 hatte 11 Wollte ich hinsetzen hier Davor dann mit zwölfer Part Also mit zwölf Aufrufen sozusagen Zwölf, zwölf, immer zwölf meistens Manchmal auch unter 10 Also zum Beispiel 3 Dann haben wir mal einen mit 7 Dann haben wir einen mit 8 Dann haben wir einen mit 8 wieder Und dann mit 11 Und meistens sind es Leute, die einfach nur da drauf gehen Kurz drauf gucken und das gleiche wieder wegschalten Und, ähm, ich finde, ähm Muss ich nochmal überlegen, ob ich das denn, äh, wirklich weiterführen werde Das, äh, Let's Play, das lohnt sich dann auch wirklich gar nicht mehr Ähm, macht zwar noch relativ viel Spaß Aber wenn, da wirklich keine, ähm, Rezension, sag ich mal, ähm Da, ähm, vorhanden ist Ähm, keine Meinung der Zuschauer besteht Ähm, sehe ich da jetzt eigentlich keinen großen Bedarf mehr dazu Das jetzt irgendwie noch weiterzuführen Ähm, muss ich mal sehen, wie ich das mache Ja, um den Part, äh, übrigens, hatten wir Einige, ähm, Bugs Denn, ähm Ich hab, ähm, gerade, äh, als ich das aufgenommen habe Zuvor, halbe Stunde zuvor oder so Erstmal alles, äh, neu installiert Auf die 1.5.2 Äh, und, äh, da hat irgendwie noch nicht richtig alles gepasst Alles noch total verbuggt, äh, dass jetzt, ähm Ja, man, goldenen, äh Goldene Hose kriegt Ähm, das total verbuggt ist, ähm Mit den Sounds, denn ich habe keinerlei, äh, Monstergeräusche gehört Oder wenn ich was gegessen habe, hört man ja natürlich diese Schmatzen Ähm, habe ich nun nicht ganz gehört Ähm, was ja sehr, sehr schade ist Aber, nehmen wir einfach mal die, äh, Folge, verkackte Folge So Gucke ich hier noch ein bisschen weiter Ähm, war auch noch dabei, ähm Beim Abonnenten-Special Ist ja nicht Abonnenten-Special Beim einjährigen, äh, Special, äh Von YouTube, das, äh, habe ich ja am 31. Mai hochgeladen Dann am 31. Mai Bin ich ein Jahr alt geworden, sozusagen, ähm, laut YouTube Und, ähm, da habe ich auch hingeschrieben Danke, danke für ein Jahr YouTube Ähm, auch nochmal hier in dem Video Vielen, vielen Dank für ein Jahr YouTube Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch Ähm, ich werde das natürlich auch, äh, weitermachen Und ich habe wirklich Bock dran gefunden Und es geht weiter Momentan lädt er auch noch gerade, äh, Saints Row the Third Part 5 hoch Äh, was noch knappe 112 Minuten dauert Ich hoffe, das geht jetzt noch vorbei Es ist gerade, äh, 20.20 Uhr Ähm, mal rechnet Ja, das wird sehr, sehr eng, würde ich mal sagen Äh, wenn ich es nicht schaffe, wird es wahrscheinlich erst morgen damit werden Äh, denn, ähm, ich war heute auch relativ spät zu Hause Ist aber nicht so schlimm Jetzt erzähle ich das überhaupt in dieser Folge, äh, kommt sowieso erst, äh, einen Tag später Dann, ist auch egal Ähm, ja, hier haben wir noch, äh, ein bisschen weitergebot an der, ähm, Dings, an der Plattform Ähm, und ja, das ist nochmal zu dem Special, ähm, habe ich gedacht, dass ich vielleicht mit meiner, meinem Handy, ähm, habe ich ja jetzt ein neues iPhone 5, ähm, mir gekauft Da ist ja die Kamera relativ gut, ähm, dass ich vielleicht mal mein, äh, Setup hier, was ich so auf meinem Schreibtisch zu stehen habe, mal, äh, zeige, so als kleine Special Muss ich mal überlegen, ob ich das mache, ähm, naja Ich höre jetzt erstmal auf hier mit dieser Audioaufnahme, ähm, ihr könnt euch gerne noch das Video zu Ende anschauen, äh, wenn ihr nicht wollt, dann lasst es sein Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann auch einen Daumen hoch nach oben gehen, einen Kommentar schreiben, wäre sehr, sehr geil Da könnte ich mich daran richten, ähm, was euch so gefällt Und wir können auch gerne Let's Play Vorschläge in die Kommentare schreiben Wenn ihr keinen Bock mehr auf die Microsoft habt, schreibt es doch auch ruhig in die Kommentare, ist mir shit egal Schreibt alles in die Kommentare, ähm, ich lese gerne Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann und tschau-sinn Und dann Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020